Normalerweise angele ich nicht in dieser Tunnel, aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut anbeißen würden. Ein Ball da! Scheiße, verdammt! Das war knapp. Mensch, du musst hier vorsichtig sein. Es sind nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der Roten Linien. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs. Keine Flüchte. Bleib jetzt still. Sie mögen keine Geräusche. Und es ist immer schlecht. Sieh nur, wie sie dort tun. Ganz ruhig. Wir wollen euch nichts tun. Niemand weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Schrimps. Esslich wie die Nacht. Aber eine gute Mahlzeit. Insbesondere mit mir. Gip. 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 Wir müssen hier weg! Lass sie nicht an Bord! Die könnten uns zum Kentern bringen! Nehmt das, ihr Miststücke! Gebt mir Deckung, Artyom! Meine Mundstelle, gebt mir Deckung, Artyom! Du bist ein Gelegenheit! Hey, freeze! Fuck das! Gut gefangen! Nein, zufrieden! Hier, zufrieden! Hier, zufrieden! Hier, zufrieden! Hier, zufrieden! Hier, zufrieden! Hier, zufrieden! Nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt.